Wir sind back, Kölle Karriere, FIFA, Abfahrt gegen Gladbach. Wir spielen wieder mit der B-Mannschaft. Die haben irgendwie ein bisschen mehr Tempo, auch wenn es eigentlich nicht so ist. Eigentlich hat die erste Mannschaft mehr Tempo. Irgendwie fühlt es sich anders an. Jetzt sind wir auf jeden Fall B-Boom wieder am Start. Wir müssen auf jeden Fall in den ersten 20, 25 Minuten gut loslegen, weil danach scheißen die Spieler immer richtig rein, weil die einfach so schnell keine Power mehr haben. Die ersten Minuten müssen wir jetzt komplett Vollgas, Vollgas mit B-Boom, Vollgas. Wir müssen ein Zeichen setzen. Einfach random Flanke rein da. Es war so krass, es war so klar. Ich nutze meine Chancen nicht. Da gibt es wieder direkt für das Karma. Das 25., ich habe es gesagt. Wir müssen die ersten 20, 25 Minuten Gas geben. Ansonsten wären wir hier komplett wieder aus dem Stadion geschossen. Es war so klar. Das war so. Das war so. Komm schon, B-Boom auf Krampf! Auf-Krampf Hätte er sich auch schön fallen lassen können Wichtiger Pass Wichtiges Tor Komm schon Jetzt müssen wir zurückkommen Die Dreiecks Diese hohen Steigpässe Die kann nun gar nicht mehr Früher sind die so krass angekommen Komm schon Bebu Der wird hier vollkommen ausgepowert Nein Ach Mann Lächerlich was hier schon wieder passiert Mann Und Halbzeit Na klar Die Bu Ötchan Nee ist Drexler 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 Wichtig Komm schon Punkt Punkt wäre sehr wichtig Gegen Gladbach Nimmt man doch gerne Punkt mit Nein, ich wollte gerade sagen, kein Upside. Komm schon, Dennis. Ja, es ist so wichtig, dieses Tor. Dennis, Mann, es ist so wichtig. Oh, scheiße. Richtig. Gutes Spiel. Sehr gutes Ding. Es war einfach so klar, Stindl. Ja, jetzt bin ich auch wieder komplett am Arsch. Ja, jetzt bin ich auch wieder zum Schluss auseinandergenommen worden. Das war einfach klar. Ja, jetzt kommen 11. Ja, jetzt kriegen wir alles gedrückt hier. Kann man nix sagen, klare Elfmeter. Ja, komm jetzt noch mal auf Krampf. Ja, das war wirklich Krampf. Ja, und tschüss. Das war's. Oh, mein Gott. Oben, links, unten, rechts. Alles frei. Oh, DFB-Pokal nächstes Mal. Da seh ich mich.